Österreich wurde nicht erst mit dem Anschluss an Hitlerdeutschland zu einer Diktatur, es war es schon früher. Heute die vergessene Diktatur der Austrofaschismus. Der Austrofaschismus bezeichnet die Periode zwischen 1933 und 1938 in Österreich, in der ein faschistisches Herrschaftssystem ähnlich dem italienischen Faschismus aufgebaut und etabliert wurde. Die Geschichte beginnt jedoch schon vor 1933. Schon in der Ersten Republik gab es große Rivalitäten zwischen den Sozialdemokraten und der christlich-sozialen Partei, die tief in der Bevölkerung verankert sind. Das bürgerlich-konservative Lager hatte hierbei stets die Oberhand und so wurden eher rechtsgerichtete Taten meist milde bestraft. Beide Parteien hatten zu dieser Zeit auch eigene paramilitärische Truppen. So hatte etwa die christlich-soziale Partei die Heimwehr und die Sozialdemokraten hatten den Republikanischen Schutzbund. Es gab jedoch auch die nationalistischen Frontkämpfer. Im Jänner 1927 veranstalteten die Frontkämpfer eine Versammlung im kleinen burgenländischen Grenzort Schattendorf, der zum Großteil sozialdemokratisch geprägt war. Als die Schutzbündler davon Wind bekamen, hielten sie am selben Tag auch eine Versammlung ab. Die beiden Veranstaltungsorte lagen lediglich 500 Meter voneinander entfernt. Was dazu führte, dass die Schutzbündler sich entschlossen, den Frontkämpfern einen unangenehmen Besuch abzustatten. Die Frontkämpfer mussten sich aber zu wehren, leider mit Waffengewalt. So kam es dann leider zu Schüssen, wobei ein Schutzbündler und ein sechsjähriges Kind getötet wurden. Wie schon erwähnt wurden rechtsgerichtete Straftaten zu dieser Zeit eher milder bestraft. Arbeitermord galt etwa als Kavaliersdelikt. Und es gab auch beim Tathergang Unklarheiten. Und so wurde auf Notwehr plädiert und die Angeklagten wurden freigesprochen. Dazu wurden sie auch noch als ehrenwerte Männer bezeichnet. Als direkte Konsequenz gab es in Wien Massenaufstände. Und im Zuge der Julirevolte wurde der Justizpalast in Brand gesteckt. Die Polizei benutzte zur Niederschlagung der Revolte scharfe Munition und tötete 89 Demonstranten. Danach war der Glaube in eine gerechte und unparteiliche Justiz erschüttert und die Heimwehrbewegung wurde erstarkt. Die christlich-soziale Heimwehr beschloss schließlich im Mai 1930 den Korneuerburger Eid, welcher eine Ausschaltung des Parlaments und eine Neuordnung des Staates vorsah. Die Mitglieder der Heimwehr, auch die späteren Bundeskanzler Leopold Fiegl und Julius Raab schworen dabei im Eid, wir verwerfen den westlich-demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Durch die massiven Erfolge der Nationalsozialisten und die gleichbleibenden Erfolge der Sozialdemokratie zeichnete sich langsam ab, dass die Regierung, geführt unter der christlich-sozialen Partei wohl bei der nächsten Wahl nicht mehr gewinnen werden würde. Der damalige Bundeskanzler Engelbert Dolfus regierte mit einem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz und erhebelte im Jahr 1933 die parlamentarische Kontrolle im Zuge einer Geschäftsordnungskrise des Nationalrates aus. Dies sollte als Selbstausschaltung des Parlaments in die Geschichte eingehen. Als die Opposition später wieder die Arbeit aufnehmen wollte, wurde dies von 200 Polizisten verhindert. Repressionen und Verfolgungen gegen die Oppositionellen waren nun die Folgen, welche sich später immer weiter zuspitzten. Im Februar 1934 gipfelten die Ereignisse schließlich zum österreichischen Bürgerkrieg bzw. den Februarkämpfen. Der nun diktatorisch regierende Bundeskanzler Engelbert Dolfus, seine Partei nannte sich nun Vaterländische Front und benutzte das Kruckenkreuz als Symbol, versuchte im Zuge dessen jegliche linke Opposition auszuschalten. Auf Seiten der Vaterländischen Front kämpften die Polizei, die Gendarmerie, das Bundesheer und die Heimwehr. Die Sozialdemokratische Partei kämpfte mit den nun verbotenen Schutzbündlern. Der Auslöser für die Februarkämpfe war ein sich gegen die Entwaffnung wehrender Schutzbundkommandant in Linz. Er und seine Männer eröffneten vor dem Parteiheim das Feuer. Ein in der Nacht von 11. auf 12. Februar 1934 verschicktes, verschlüsseltes Telegramm sollte eigentlich den Schutzbundkommandanten davon abbringen und davon warnen, eine solche Aktion durchzuführen. Er sollte eigentlich dann auf die Entscheidung in der Parteispitze warten. Jedoch wurde dieses Telegramm von den Behörden abgefangen. Von Linz aus breiteten sich die Kämpfe wie ein Lauffeuer in ganz Österreich vor allem in den Industriestandorten aus. In vielen Städten wurde tagelang heftig gekämpft und es kam zum Häuserkampf. Ein Polizist meldete etwa, Flöritzdorf gleicher der Hölle. Viel scheint sich also bis heute nicht verändert zu haben. Die Pläne des Schutzbundes scheiterten jedoch aufgrund der Übermacht der staatlichen Gewalt. Bei den Opfern gehen die Quellen auseinander. Es wird von einigen hundert bis zu 2000 Toten und 5000 Verwundeten berichtet. Nun konnte sich die Diktatur bzw. der christlich geprägte Ständestaat frei entwickeln. So wurde in Artikel 1 der Verfassung aus Österreich ist eine demokratische Republik. Das Recht geht vom Volk aus. In der neuen Verfassung, im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk für seinen christlich-deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage dieser Verfassung. Die Staatsbezeichnung Republik Österreich wurde durch Bundesstaat Österreich ersetzt und das neue Wappen wurde das Kruckenkreuz. Ein Putschversuch gegen das neue Regime wurde im Juli 1934 verübt. Hierbei drangen als Polizisten verkleidete SS-Männer in das Bundeskanzleramt ein und versuchten den Bundeskanzler dazu zu bringen, seine Regierungsgeschäfte abzugeben, um eine Revolution anzuzetteln. Jedoch misslagen das und der Bundeskanzler Engelbert Dolphus wurde erschossen. Als Nachfolger kam Kurt Schuschnig, welcher bis zum Anschluss 1938 regierte. In der Zeit des Austrofaschismus wurden Anhaltelager für politische Gegner gebaut, die Todesstrafe wieder eingeführt und das selbst für so Labalien wie öffentliche Sachbeschädigung und eine christlich-konservative Volkserziehungspolitik betrieben. Die Katholische Kirche und der Kartellverband haben damals großen Einfluss bei den Staatsgeschäften gehabt und akademische Funktionen blieben Parteimitgliedern vorbehalten. Die Doktrin des Ständestaates war der Ausgleich der nicht weiter konkret definierten Stände, welche von Papst Pius XI. 1931 definiert wurde. Grundlage war die Ablehnung des Klassenkampfs unter Streben nach Harmonie zwischen den Ständen. Das alles im autoritär geführten Staat. Weiters versuchte der Ständestaat im Vergleich zu Hitler-Deutschland der bessere deutsche Staat zu sein. Anfang 1938 übte Hitler einen großen Druck auf Schuschnig aus, bis diesem schließlich nichts mehr anderes überblieb, als den Forderungen von Hitler nachzugeben und Österreich schloss sich infolgedessen im März 1938 widerstandslos an das deutsche Reich an. Die Zeit des Austrofaschismus gilt in Österreich als kontrovers. Vor allem deswegen, weil die ÖVP mehr oder weniger die Nachfolgepartei der Vaterländischen Front bzw. der christlich-sozialen Partei ist, welche zu diesem Austrofaschismus geführt hat. Als sie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aus der Asche gestiegen worden ist, ist dieses Thema lange Zeit wenig politisiert worden bzw. ist sich niemals auf eine konkrete Version geeinigt worden. So hing zum Beispiel bis zum Parlamentsumbau noch immer das Bild von Engelbert Dolfus, welcher damals auch der Parteichef der ÖVP bzw. der christlich-sozialen Partei war, im Parlamentsklub der ÖVP selbst. Aufgrund des Parlamentsumbaus ist er nun als Leihgabe nach St. Spölten vergeben. Jedoch wurde dieses Bild nur aufgrund des Umbaus abgehängt. Ob eine interne Bewertung stattgefunden hat, ist zu bezweifeln. Und so wird es auch in Zukunft ein kontroverses Thema geben und eine einheitliche Lösung, wie man damit umgeht, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht gefunden werden. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt die Geschehnisse dieser Zeit gut dargelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Like. Ich freue mich auch über Kommentare und schaut euch auch meine anderen Videos an.